er ist nur unhappy du hast es mit bein du bist auch unkont ja einer bei der expos ist übrigens auch absack sieht wirklich nicht so prickelnd aus was machst du eigentlich hier hast keinen job nee und du? jetzt ein meeting ja von mir aus ach so der ist auch bewusstlos ja wir können uns gar nicht raus boxen wir haben noch zwar noch sehr viel essen aber wir haben auch sehr viel jasper wir kommen nicht mehr raus wir können nicht raus sie haben die große halle das tor genommen und die große halle die brücke genommen die brücke haben sie tatsächlich genommen uns genommen und die große halle sie kommen trommeln trommeln in der dunkelheit ja so oder so ähnlich ich glaube ich löse squad b einfach wieder auf so auch die kaiser du da du wüsstest doch unter lebens du hast keine architektur so jetzt hast du architektur jawoll er geht schaffen ach jetzt verstehe ich was das problem war ich musste beide zwerge neu lesen so genau drei neue zwerge mit architektur jetzt dürfte das aber klappen wenn das schon innerhalb keiner machen will warum wurde das jetzt suspended wurde wieder suspended was zäule wollte mich veralbern x wer den g weißt du was wir machen es noch einfacher äh groß c f aus konglomerat blocks hä wir haben nur einen konglomerat block und herbst ist eingetroffen so baut das jetzt irgendjemand und dann kriegt ihr nicht bald das hin bis jetzt steht da noch construction in active ich wäre euch darüber sehr verbunden wenn ihr diesen weg baut würdet wie viele untote haben wir drei stück wie viele lebende haben wir 28 kommt schon es wird ja nicht so schwierig sein oder doch ich meine ich mal die außerhalb machen irgendwas wenn ich wüsste wo sie wären da ist einer du machst nix ok das wollen sie auch nicht machen building brücke so wird das ja das wird gebaut sehr schön erholt konglomerat bringt es dahin dann baut er die brücke hoffentlich ist aber ist das ja eigentlich alles irgendwie verbinden ja das ist alles verbinden designation claim das ja alles ja weil er schleppt steine hin und baut sie auch hoffentlich gerade jedenfalls steht das da so so needs masonry oh ja stimmt da habe ich den masonry buffet noch nicht allen gegeben masonry so vier weitere masons würde der nicht gerade schlafen da wäre die brücke bald fertig wie sieht es eigentlich bei uns aus wir haben einen haufen wohlstand eigentlich gehen wir mal kurz zu den nobles mach mal alles akkurat was anderes was hier zurzeit nicht zu tun wir haben immer noch ein haufen leute im arztzimmer fünf stück und wir haben eine brücke juhu also können wir diese designation irgendwie rufen und vielleicht sollten wir uns um die zwerge kümmern die da im arztpraxis rumliegen ich gebe jetzt einfach bei all den arztbefehl so wir haben die müssen wir uns auch noch kümmern übrigens squad a ruf mal bitte hier hin totes kind gefunden wir haben immer noch einen invader vielleicht können sie jetzt endlich mal die toten hier oben zur ruhe tragen scheint hier fast schon der fall zu sein dass sie das machen werde ich darauf wartet dass mein squad sich dahin bewegt um die goblin auszuschalten die haben befehl da hoch zu gehen und mal seht ob sie das hinkriegen aber wisst ihr was töten gut go to archery practice west pick up equipment der ist unerreichbar die ruf construction construction sind übrigens keine gebäude das heißt sie können nicht von building destroyer zerstört werden jedenfalls in der version noch nicht das heißt trolle können sie nicht einfach so durchmauern durchhauen das sind sehr stabile mauern ja gott ist das hier ein chaos so der macht die mauer weg dass der goblin abhauen kann also ob mich das zurzeit interessiert so der goblin crossbow man haut ab also können wir hier eine wall bauen eine neue so aus einem konglomerat block gut ich denke mal jetzt wo der goblin abgehauen ist und wir hier ziemlich in der katastrophe stecken ja ich denke ich mache erst einmal einen kleinen cut mal wieder ja ich mache jetzt einen cut und dann gucken wir beim nächsten mal ob es doch noch mal bergauf geht im augenblick die mauer baut die mauer dann gucken wir mal wann die nächste evasion kommt das dürfte wahrscheinlich mit unserer zwerge mit der zwergenkarawane jetzt im herbst passieren und sie wollen die mauer dadurch bauen das ist jetzt schlecht da ist übrigens auch ein geist tja ok also erstmal einen cut und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich wieder zum rest des untergangs 28 zwerge haben wir noch ich könnte einfach alle hier raus lassen dass sie uns umfragen nein wir versuchen das noch bis zum bitteren ende durchzustehen ich kann übrigens bis auf die hauptbrücke keine brücke mehr hochziehen im augenblick habe ich noch ein mechaniker ja ich hätte noch ein mechaniker das sollte ich eigentlich noch schnell den auftrag geben dass die brücken wieder verlinkt werden wenn man die mechaniker bock drauf hat nämlich die brücke so und die brücke so gut aber jetzt gibt es dann wirklich einen cut also bis gleich so